Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ghostbusters Time, oh ich hab mich so tierisch drauf gefreut. Ghostbusters, ihr wisst, ich bin großer Ghostbusters Fan, ganz großer. Ich bin mit der Zeichentrickserie groß geworden, groß geworden. Danach hab ich erst die Filme geschaut, Zeichentrickserie, ich hab sie geliebt, ich hab sie abgefeiert. Ich hab diese einzelnen Folgen damals noch teuer auf VHS gekauft. Da ging eine VHS-Kassette, hat damals gekostet, D-Mark-Zeiten noch, die war schweineteuer. Oh, weiß nicht, 20 Mark oder irgendwie, keine Ahnung, die war schweineteuer. Und da war immer nur eine Folge drauf von 29 Minuten oder 25 Minuten. Aber trotzdem hab ich's abgefeiert. Ich liebte Ghostbusters, die Zeichentrickserie. Bis auf, was war da eigentlich damals los? Dann gab's irgendwann Surreal Ghostbusters, die Zeichentrickserie, with Slimer unten drunter. Die war so schlecht gezeichnet. Da war auf einmal irgendwie eine Staffel total... Da war irgendwie Slimer im Vordergrund. Ich hab keine Ahnung, was da damals los war. Ja, und dann hab ich mir die Filme angeschaut. Weil ich war damals noch zu klein, ich durfte es noch nicht gucken. Da haben die gesagt, meine Eltern, na na na, Ghostbusters Zeichentrick, ja, Ghostbusters Film, nee, 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 nee. Naja, irgendwann hab ich's ja dann trotzdem gesehen. Ich hab's geliebt. Ich hab, ich weiß nicht, wie oft ich Ghostbusters 1 und 2 geschaut habe. Dann kam das Reboot raus, mit den Mädels. Ähm, ich war im Kino drin. Ich selber, ich weiß, der Film ist vernichten. Der vernichten Kritiken bekommen. Zu albern, zu, so ein Quatsch und bla bla bla. Zu laut, zu grell, keine Ahnung was. Ich seh den immer als alleinstehenden Ghostbusters Film. Ich vergleiche den nicht mit den anderen. Ähm, ich hatte damals im Kino Spaß mit dem Film. Ich fand den ganz okay. Ich hab mir dann hin und wieder mal wieder angeguckt und, äh, muss sagen, ja, irgendwie find ich den so ein Guilty Pleasure. So kann man das sagen. Ja, ich hab dafür ein kleines Herzchen. Ähm, fand den eigentlich ganz cool. Ich hab sogar ein Kino-Plakat von, äh, in dem das Reboot bei mir ins Schlafzimmer hängen. Ähm, ich fand den okay. Okay, mehr aber auch nicht. Ich guck mir den gerne mal an. Ähm, kann's nachvollziehen. Alle Ghostbusters-Fans haben an den Schlag in der Fresse gekriegt. Aber, trotzdem hab ich so ein kleines Herzchen für Ghostbusters Reboot. Und dann hatten wir 2021, ja, von, äh, Jason Reitman, ähm, ja, den dritten Ghostbusters-Film gesehen, äh, bekommen. Äh, Ghostbusters Lagenji. Und, äh, war selbstverständlich auch im Kino drin. Und, äh, fand den, ach, ziemlich cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, war alles ja auch hier mit Egan Spengler, dass er dann nochmal erschienen ist als Gast. Ich fand's, der Film hatte Herz. Der Film hatte Herz und der war spannend und hat die jüngere Generation so ein bisschen mit, äh, reingenommen. Fand ich super, fand ich super. Ja, und dann hab ich natürlich, dann kam die ersten Trailer raus zu Frozen Empire. Äh, übrigens werde ich hier, äh, ein bisschen spoilern. Ich werde spoilern müssen ein bisschen. Also bitte schaut euch, glaube ich, lieber erst den Film an und dann Ghostbusters. Ich wette, ihr könnt, ja, ich könnt die Kritik jetzt hier auch schon ein bisschen, eigentlich könnt ihr euch die angucken und dann den Film gucken. Ich gucke den so oder so. Davon mal abgesehen. Ähm, nur ein bisschen vorgewandt. Ich werde hier leicht spoilern. Ähm, dann habe ich die Trailer gesehen zu Frozen Empire. Alter, ich saß da. Wow! Meine, hier, hier, äh, Bill Murray, Dan Aykroyd, äh, Ernie Hudson, alle dabei. Äh, Annie Potts. Äh, alle dabei, alle alter Cast, neuer Cast zusammen. Dann ein neuer Geist, äh, der fürchterlich, äh, aussieht, äh, der die ganze Welt zu Eis verwandelt. Und dann das Feuerwehrhauquartier, Actor One dabei, Geister, kleine Marshmallow-Männer. Und, äh, ich war gehypt. Ich denke, wow, geil, geil, geil. Ich hab gedacht, das wird der Film aller Filme dieses Jahr. Das wird er, das wird er. Und dann kam er gestern raus. Endlich im Kino. Ich direkt reingerannt, wie so ein bekloppter Teenager. Hingesetzt. Und dann, äh, er ist die blöde Vorschau. Ich denke, meine Fresse, komm, komm, mach hinne, mach hinne. Und dann sah ich das Ghostbuster-Zeichen. Und ich war, ich saß, ich saß da. Mich durfte auch keiner mehr ansprechen. Ich war in dem Film drin. Ich war, ich wollte alles mitkriegen. Ich wollte nicht gestört werden. Ich wäre auch alleine in den Film reingegangen. Wäre mir scheißegal. Ich wollte nur den Film gucken. Wie gesagt, wir haben den alten Cast dabei. Es hieß, dass die da auch ganz, also auch die Hauptrolle mitspielen. Dann hieß es, dass es sehr viel, was man auch im Trailer gesehen hat, sehr viel an der alten Zeichentrick-Serie, deswegen habe ich es auch erwähnt, an die alten Zeichentrick-Serie ein bisschen, ja, so ein bisschen, ja, daran sich, ja, gefügt hat. So ein bisschen abgeguckt hat, das sollte sich so ein bisschen anfühlen wie die Zeichentrick-Serie. Was sie teilweise eigentlich auch gut gemacht haben. Dann habe ich aber ein Problem, oder ich habe mehrere Probleme mit diesem Film. Ich saß dann da, der Film fing an und es kam als erstes natürlich Actor One und ich, ah, geil, sitzt im Auto, jagen Geister durch ganz New York. Dann haben wir den alten Bürgermeister dabei, der jetzt Bürgermeister ist hier, der damals im ersten Teil immer dieses Arschloch war, der gesagt hat, ey, Ghostbusters, euch mach ich fertig. Er ist wieder voll am Start dabei, will die Ghostbusters immer noch fertig machen, mag die einfach nicht. Und dann haben wir Paul Ruth dabei mit der ganzen Spengler-Familie. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, Phoebe Spengler, die Tochter von Igan Spengler, spielte die Hauptrolle. Das ist der Hauptcharakter. Das ist der Hauptcharakter und um ihr geht's in den ganzen Filmen. Und nach dieser Geisterjagd quer durch New York, wo die ganzen New York auch fast da verwüstet haben, was richtig cool losging, kam nichts mehr. Und das eine ganze Weile kam einfach nichts mehr. Wir haben dann gesehen, ja, die leben jetzt, die ganze Spengler-Familie rund um Paul Ruth, die so eine Spät, äh, wie heißt das, die Spengler-Familie ist ja jetzt eingezogen in den, äh, auch Quartier in der Feuerwehrstation und, ähm, ähm, wie heißt der nochmal, Winston finanziert das Ganze. Er ist wohl sehr reich geworden. Ähm, dann haben wir Dan Eckhart dabei, der Antiquitätenhändler ist für Sachen, die besessen sind. Und, ähm, dann haben wir Bill Murray dabei, ab und zu. Cameo-Auftritt, mehr nenne ich das nicht. Also, auch Ernie Hudson, also Winston spielt hier auch nur Cameo-Auftritt, ja. Dan Eckhart hat hier eine größere Rolle, aber ansonsten sind, ist der alte Cass eigentlich nicht dabei. Und dann geht's wirklich, ich glaub, eine ganze Stunde oder noch länger geht's dabei, um Sachen zu erzählen. Wir haben viel zu viele Charaktere. Ähm, wir haben, äh, die Charaktere, die haben was, die haben was, die haben was. Dann, äh, denn Eckhart bekommt halt diese Kugel, wo ein Geist drin gefangen ist, der natürlich der Obergeist überhaupt ist, der schlimmste Geist, der rumrennt, äh, und den dann versehentlich dann befreien. Und dann gab's viele, viele Probleme zwischendurch. Denn ich merke, dass sie mehr jetzt aus Gauss-Bassers rausholen wollen. Weil auf einmal gibt es ja diese Geisterfalle in, in, in der Feuerwehrstation, die mittlerweile aber zu voll ist mit Geistern, dass, äh, äh, Winston aber schon, äh, andere Geisterfallen gebaut hat. Irgendwo in anderen Labors und, äh, 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 aus diesen verfluchten Gegenständen die Geister rausziehen kann und die dann direkt, äh, verbannt kann in diesem, in der Geisterfalle. Und da hab ich mir gedacht, so, was, was, was wird das jetzt alles? Die haben jetzt ein eigenes Labor, äh, 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 wo die Geister gefangen halten, äh, dann studieren wollen, äh, die wollen die Geister, ja, die halten die dort gefangen. Und, äh, in so einer Art, wie so ein Zoo kann man sagen. Und, ähm, das störte mich so richtig. Ich dachte so, ja, wenn wir das alles haben, wozu brauchen wir dann das Feuerwehrhauquartier mit den Gauss-Bassers? Die haben da ja, die haben ja ja alles. Die haben ja alles viel besser dort, als was sie da haben. Und das hat mich alles gestört. Ich merke so, äh, die bauen das, die wollen das größer aufbauen. Die wollen das so ein, ein Franchise rausbauen. Oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Das hat mich alles sehr gestört. Ich denke so, das, das ist mir alles zu viel. Das geht mir zu schnell. Weil, es wird auch so erklärt, äh, nach dem Motto, ja, guck mal, ihr, die Geisterfalle, oder, unsere, und, unser, äh, Geistercontainer ist voll. Und dann sagt, äh, Winston, ach, ihr wisst es ja noch gar nicht. Ich hab neue gebaut. Und so nach dem Motto so, ja, da, ich hab da mal was vorbereitet, da ist es auf einmal. Hä? Warum und weshalb und wieso? In Leganji haben sie das alles noch so, äh, guck mal, da sind die alten Geisterfallen, das und dies. Da wurde auch alles schön erklärt. Da haben die sich erst mal, sind jetzt mal drauf, äh, draufgekommen, wie die Protonstrahler, wie die funktionieren und so weiter und so fort. Und auf einmal haben die jetzt in diesem Film alles besser und, und, und so weiter und so fort. Es war mir alles zu viel und das war eine Quatsche. Wir hatten zwischendurch auch gar keine Geister mehr, wir hatten wohl, äh, Slimer, fand ich schön, den mal wiederzusehen, Slimer, und den hatten wir da ab und zu. Ähm, äh, äh, ansonsten haben wir die kleinen Marshmallow-Männer, äh, die wir auch in, 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 in den letzten Teil hatten. Ähm, die, finde ich, so ein bisschen Minions-Ersatz, oder? Das hat mich sehr an Minions erinnert. So, nach dem Motto, die hauen wir nochmal rein, die sind klein und süß und die bringen die Leute zum Lachen und die können wir gut verkaufen. Ja, ja, und dann haben wir da so, ja, und dann kommt nachher, der, natürlich befreien die diesen, äh, Geister, dieser, äh, diesen Geist, der die Welt, äh, vereisen möchte. Äh, will natürlich die Menschheit vernichten. Warum und weshalb, habe ich vergessen, der war sauer, weil die Menschen ihn gefangen haben. Warum, war mir dann auch im Grunde shit egal. Und dann, äh, alles, was wir in diesem Trailer gesehen haben, das ist eigentlich das Ende von den ganzen Filmen gewesen. Die letzte halbe Stunde, kann man sagen, äh, passiert erst alles das, was wir in dem Trailer gesehen haben. Dass, dass, das, äh, dass das Eis am Meer, äh, er spielt, dass die, äh, ganzen Eiszapfen aus der Erde kommen und so weiter und so fort. Das sehen wir in der letzten halben Stunde. Und dann, wenn das Mund da in der Feuerwehrstation, äh, angreift, ja, das ist immer noch das Beste. Das Ende der Kampf, also, so was Lächerliches habe ich lange nicht mehr gesehen. Muss ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, äh, ich, ich war entsetzt. Es war, ich war entsetzt. Alle waren am Start. Das alte Ghostbusters Team und das neue Ghostbusters Team. Und alle kämpfen gegen diesen Geist. Und dann hatten wir hier so ein, ähm, Feuergott, der vorher nicht mal eine Kerze anzünden konnte. Der auf einmal, äh, Feuerkugeln machen konnte. Und auf einmal super göttlich war und super stark war. Und das alles irgendwie in Lächerliche gezogen wurde. Also die haben die letzte halbe Stunde, ihr müsst euch vorstellen, der Geist steht dort. Die ganze Zeit von den Ghostbusters. Und die kämpfen gegeneinander. Die stehen da, der Geist steht da. Und dann ist das ein, ja, die alten Ghostbusters, die fange ich jetzt mal mit Eis. Dann kommt der andere Ghostbusters dazu, schießt auf den. Äh, dann kommt der Feuergott dazu und schießt auch auf den. Und dann geht das hin und her. Es passiert aber nicht wirklich, was die, der, 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 äh, der böse Geist steht wirklich. Eine halbe Stunde da und kämpft gegen die Ghostbusters. Da gibt es keinen anderen Geist dabei. Da gibt es keine Spezi... Also keine, der keine magischen Kräfte irgendwie so. Da irgendwie was Spannendes kommt. Nein, es ist ein hin und her. Sie schießen, er schießt zurück. Er spuckt ein bisschen Eis. Und dann wird er irgendwann besiegt. Und dann war es das. Und dann denke ich mir so, hm, hm. Das war es dann. Dann lassen die sich feiern. Und dann kommt der Ghostbusters Lied. Und dann, was ist der Film? Alle. Und dann habe ich mir gedacht so, oh, ja, das war jetzt mein Ghostbusters Film. Worauf ich mich jetzt so lange drauf gefreut habe, warum haben die da nicht mehr rausgemacht? Warum nicht? Die, 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 ich verstehe es nicht. Die hatten doch jetzt alle Möglichkeiten und bauen da eigentlich einen langweiligen Ghostbusters Film hin. Mit, ja, wir haben hier ein paar Elemente, wie hier der Geist aus der Bibliothek, aus dem ersten Teil. Was ich hier und da ganz toll fand, aber im Grunde habe ich, glaube ich, einen ziemlich langweiligen Ghostbusters Film gesehen. Hätte ich den nicht in Kino gesehen, sondern zu Hause am Fernseher, hätte ich, glaube ich, sogar mein Handy rausgeholt und hätte zwischendurch noch was anderes gemacht. Also wirklich, so langweilig war das mir zwischendurch. Ich sage jetzt nicht, dass der Film jetzt total schlecht ist. Nein, Gottes Willen, nein, 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 nein. Aber für Leute, die mit Ghostbusters nicht aufgewachsen sind, ist der Film, glaube ich, nichts. Nee, nee. Also die Leute, die mit Ghostbusters nichts anfangen können und zum ersten Mal einen Ghostbusters Film sehen und diesen Film sehen und sagen dann, das ist euer Ghostbusters? Ja, war ein bisschen langweilig, oder? Dann würde ich sagen, ja, der Film ist langweilig. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Wir haben hier alles, wir haben hier, ähm, ja, diese Phoebe Spengler, die Tochter von Egan, äh, sie ist halt noch 15, darf bei den Ghostbusters nicht mitmachen, sie ist halt ein bisschen bockig und beleidigt und, äh, ich will trotzdem mitmachen, darf aber nicht, freundet sich mit einem anderen Geist an, ähm, der Geist ist aber, natürlich hat er Hintergründe und will natürlich diesen, äh, äh, will natürlich diesen Eisgeist befreien und Phoebe dazu benutzen und damit sie selber, äh, wieder erlöst wird, äh, als Geist und zu ihrer Familie kann und so, es ist alles so, oah, ja, hm, ja, ein, ein hin und her, es sind viel, so viele Charaktere, äh, Paul Root spielte die Hauptrolle, er, er spielte die Hauptrolle, den sehe ich gar nicht so oft, den, ich, ich sehe alle so ein bisschen mal, wisst ihr, wie ich das meine, alle sind mal da im Bild, äh, sagen irgendwas, sind dann aber auch irgendwie wieder weg, wann die wieder was anderes sagen, dann sind die anderen wieder dran, dann sind die dran, irgendwie haben, ist eigentlich keiner, hat keiner so eine richtige Hauptrolle, würde ich sagen, nee, nee, was ich gut fand, war, dass Ektor 1 einmal besessen war, das fand ich ganz lustig, ja, welchen Film wir jetzt, äh, äh, bewerten sollten, das ist alles meine eigene Meinung, ähm, ich werde den Film mit Sicherheit nochmal, nochmal den mir jetzt mal, irgendwann, wenn er jetzt rauskommt, irgendwann mal auf DVD oder so, oder zum Streamen gibt, werde ich mir mit Sicherheit nochmal einmal in Ruhe angucken, vielleicht ändere ich meine Meinung nochmal, aber jetzt, ähm, den jetzigen Zeitpunkt, ich hab das nochmal drüber, äh, drüber geschlafen, muss ich den Film, will ich nur, äh, kann ich diesem Film, will ich nur, boah, 6 von 10 Punkte geben, und vielleicht sogar nur 5,5, also wirklich, äh, 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 ist das der schlechteste Ghostbusters Film, ich weiß es nicht, äh, wenn ich jetzt von den, äh, den Reboot rausnehme, würde ich sagen, ja, ist das schlechteste, das schlechteste Teil, ähm, ist er besser als der Reboot, ist Geschmackssache, ne, der, der Reboot Film war wenigstens nicht langweilig, auch wenn er kacke war, auf einer gewissen Art und Weise, hatte der aber auch viel zu lachen, und wir hatten viele Geister da, in diesem Film haben wir viel, blum, 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 vieles wird einfach nur erklärt, vieles wird einfach nur erklärt, ja, 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 wie gesagt, 5,5 bis 6 Punkte gebe ich diesem Film, ähm, vielleicht sieht das in ein, zwei Jahren besser aus, dann sage ich vielleicht, äh, der kriegt vielleicht 7 Punkte, aber der wird nie ein Highlight Film werden, auf jeden Fall nicht, ich war ein little bit, äh, enttäuscht, a little bit, ja, ähm, war aber froh über diesen Ghostbusters Film, dass es mal wieder einen gab, und, ähm, ich hoffe, es gibt noch einige Ghostbusters Filme, ich, ich hab Bock drauf, ich hab Bock drauf, vielleicht lernt ihr, dieser Film wird keine guten Kritiken bekommen, glaube ich nicht, glaube ich nicht, ähm, bin ich, glaube ich nicht, ich glaube, der wird auch nicht zerrissen, aber ich glaube, das wird so ein Okay-Film, und ich glaube auch, äh, dass es noch einen weiteren Ghostbusters Film geben wird, mit diesem Cast, und ich hoffe, und ich hoffe, wenn die an die alten Zeichentrick-Serie ran wollen, dann sollen sie interessante Themen nehmen, weil wir hatten, wisst ihr noch, in der allerersten Ghostbusters Zeichentrick-Folge, wo aus diesen Ghostbusters, ähm, Anzügen, äh, böse Geister wurden, die, diese, ähm, Anzüge wurden auf einmal, äh, mit, äh, den Ghostbusters Geistern besetzt, und waren dann böse Ghostbusters, dass sie die Geisterjäger gejagt haben, sowas hätte ich mal gerne gesehen, dann hatten wir damals in der Ghostbusters-Serie den Sandmann, der richtig gefällig war, der die ganze Welt, äh, zum Schlafen gebracht hat, wir brauchen mal so einen richtigen, äh, äh, wo der Geist mal wieder richtig, ähm, äh, Charaktere hat, so wie Vigo in den zweiten Teil, oder Busa, wie hieß der im ersten Teil, ich weiß gar nicht mehr, der hatte, es war Handlung dahinter, warum er das jetzt hier, dieser Geist war neu, aber er war nicht interessant, mir war es egal, ob der nachher besiegt wird, oder nicht, äh, wie, aber, aber, sowas wie den Sandmann, oder keine Ahnung, es gab so viele Charaktere da drinnen, äh, die auch immer wieder gekommen sind, äh, da hätte ich gerne mehr von gesehen, mal so, nehmt doch mal einfach so ein, so ein Geist aus der Zeichentricks-Serie, ich weiß auch nicht, ob man das darf, ich weiß nicht, wo die Rechte da alle liegen, aber, darauf hätte ich Bock es gibt so, es gibt so viele gute Folgen von den Ghostbusters, äh, dass man da wirklich mal was rausgesucht hätte können, ja, das ist meine eigene Meinung, genau, ja, das war meine Kritik zu Ghostbusters Frozen, ähm, meine nächste Kritik wird, wird eine ganz spezielle Kritik werden, denn, äh, ich hab mal wieder an sehr speziellen Filmen geschaut, äh, falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, ansonsten wünsche ich euch alles Gute, man sieht sich, bis dann, ciao.